Warum musst du dir denn bloß immer so hoffnungslose Fälle aussuchen? Glaub mir, du machst dich unglücklich. Dich und den Rest der Familie. Katja, eine Frage noch. Sag mal, warum hast du mich im Wagen nicht einfach verbrennen lassen? Deine Probleme, die wären doch mit einmal gelöst gewesen. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht wie du.